Aykut ist in Berlin geboren und aufgewachsen. Was denkt er über seine türkischen Wurzeln? Ich glaube, als ich noch jünger war, hatte ich doch noch mehr dieses Gefühl, Türke zu sein. Denn mein Vater hat natürlich viel so erzählt, also die türkische Geschichte oder unsere Identifikation, wer wir sind. Für meine Eltern war das schon wichtig, einfach mir auch mitzugeben, dass ich zwar in Deutschland bin und in Deutschland lebe und meine Freunde Deutsche sind und so weiter und dass ich aber auch noch einen anderen Kulturkreis habe. Das war denen wichtig, mir das mitzugeben. Wenn du mich heute fragst, wer bin ich, was bin ich, kann ich jetzt noch nicht mal richtig beantworten, zumindest nicht gerade heraus. Ich bin irgendwie beides. Also eine Sache ist die Emotionalität. Man ist halt emotionaler als Türke, glaube ich. Und als Deutscher halt genau gegenteilig, sehr viel sachlicher. Und beides hat seine Vor- und Nachteile. Ich finde halt in der Freundschaft oder auch was Familie und Verwandte angeht oder das Leben in der Türkei jetzt an sich, ist diese Emotionalität was ganz Tolles, ja, diese lauten Gespräche, das Umarmen ständig, das Knutschen oder was weiß ich, ja, was man damit so verbindet, dass da ganz viel Nähe so zwischenmenschlich ist. Und ich glaube auf anderer Seite zum Beispiel das Sachliche bei dem Deutschsein ist halt beruflich enorm wichtig oder klug. Also es geht um das Ziel, was wir erreichen wollen und alles anderes zu ignorieren. Also keine Emotionalität, also sich nicht angegriffen fühlen, nicht irgendwie rumpöbeln, weil man angepöbelt wurde, also nicht zurückpöbeln, das braucht der Deutsche nicht. Der sagt sich, du kannst mich jetzt irgendwie beleidigen oder unsachlich werden, ich bleib sachlich und an dem Thema dran. Und das ist für mich Deutschsein. Was ist eigentlich typisch Deutsch? Brezel, Sauerkraut, Oktoberfest. Bier, Bratwurst, Currywurst, Pommes, ja, das wäre für mich typisch Deutsch. Zuerst fällt allen das deutsche Essen ein, obwohl Bier und Sauerkrautkonsum seit Jahren rückläufig sind. Willkommen im Reich der Klischees. Untertitelung des ZDF für funk, 2017